Wie ist denn das bei dir? Machst du viele Fotos mit deinem Handy oder hast du vielleicht ein extra Fotoapparat, Spiegelreflex, Kompaktkamera oder wie machst du das? Und werden die Bilder bei euch dann ausgedruckt? You and I till the end, don't need to pretend again and again, we'll stick together. Everything is alright, with you by my side, we won't say goodbye, we'll stick together. Hallo ihr großen und kleinen Träumer da draußen, mein Name ist Damakasch und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Quest-Folge von Star Stable Online. Ich stehe hier mitten im Winter mit kurzem Hemd, hurra, bei Baumeister Olaf und ja, frag einfach mal, was ich jetzt für ihn tun kann. Hi, bist du irgendwo Mario? Da sehe ich aus wie ein Junge, Menno! Nein, achso, du heißt Aida, schön dich zu treffen. Aida, ich bin Baumeister Olaf, was für ein schönes Dorf das hier ist. Schade, dass ich schon wieder gehen muss, aber die Arbeit ruft. Das erste, was wir machen müssen, ist, um die Gelegenheiten klar zu machen, um entscheiden, ob wir einen Tunnel bauen, eine Straße oder was auch immer. Nimm diese Kamera und reite zur nördlichen Verbindungsstraße. Von dort aus sieht man das Observatorium klar und deutlich. Mach ein paar Fotos und dann können wir uns später darüber unterhalten. Wir sehen uns bei der nördlichen Verbindungsstraße. Okay, reite zur nördlichen Verbindungsstraße und finde ein paar gute Plätze, um das Observatorium zu fotografieren. Mache die Fotos und sprich dann mit Olaf. Er befindet sich in der Nähe der Verbindungsstraße. Oh, guck mal, hier habe ich jetzt wieder so einen orangenen Bobbli. Bobbli, Bobbli. Manchmal ist der weg und jetzt habe ich den wieder. Ja, finde ich gut. Ich mag Bobblis auf meiner Karte. Ich finde das super. Ja, also auf geht's, wieder zurück zu Mario. Das ist ja ein Hin und Her gerade hier mit den Quests jetzt, ne? Aber ich möchte da schon gerne ein bisschen vorankommen. Und Fotos machen das immer gut. Ich mache ja auch mit dem Handy eigentlich schon, ja, also wenn ich so unterwegs bin und so, dann nutze ich das Handy schon auch als Fotoapparat. Ich habe zwar auch eine Spiegelreflexkamera und fotografiere damit oder habe damit eigentlich immer sehr, sehr gerne fotografiert. Das mochte ich eigentlich immer arg. Aber die hat man ja nicht immer dabei, ne? Und wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, nur draußen unterwegs bin, spazieren oder, ach naja, was weiß ich, ne? Was ich halt so mache. Oh, 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 Bulldozer. Dann habe ich halt nur das Handy dabei und damit mache ich dann auch schon viele Fotos. Aber ich drucke die nur selten aus, so Urlaubsbilder oder so. Da mache ich richtig so alt und klassischen Fotoalbum anlegen. Ansonsten aber nicht. Wie ist denn das bei dir? Machst du viele Fotos mit deinem Handy oder hast du vielleicht ein extra Fotoapparat, Spiegelreflex, Kompaktkamera oder wie machst du das? Und werden die Bilder bei euch dann ausgedruckt, also entwickelt, richtig, ne? Und dass ihr dann da, ich gucke mal, habe ich den Fotoapparat hier? Ja. Dass ihr dann da Fotoalben anlegen könnt. Machst du sowas oder machst du die dann nur so an die Wand hängen oder so? Kannst du mir ja mal unten in die Kamera schreiben? Ja, schreib mir das mal in die Kamera. Schreib mir mal in die Kamera, bitte, ob du Fotoalbum machst. Ja, du weißt schon, was ich meine. Mensch, 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 doch. Okay, alles klar. Hier geht noch ein Bildchen. Zapp, 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 auf geht's. Und ein letztes fehlt noch. Ich brauche ja nur drei. Da oben auf dem Hügelchen vielleicht, ne? Sieht so aus, da ist noch ein orangener Bobbel. Ich gucke mal. Ja, hier sieht's gut aus. Oh, und nicht darunter springen, wenn's geht. Tada! Sehr schön. Und jetzt steht er da drüben. Muss das irgendwo sein? Ah, wo ist er denn? Hier, das zeug ich mal wieder zu. Bam. Ähm, ähm, ähm. Na, ach, da ist er ja. Da steht er ja rum. Oh, huch. Entschuldigung, Snowy. Du kleine, süße Maus. Also, hallo, Olaf. Na, dann gucken wir mal. Schöne Fotos. Jetzt hab ich nachgedacht. Der Berg ist zu steil, um eine Straße zu bauen. Und ein Tunnel ist zu teuer. Aber dieser alte Betonklotz, den du gefunden hast, ist ein altes Fundament für eine Seilbahn. Es muss mal eine Seilbahn zum Observatorium gegeben haben. Wir müssen uns nur geschickt anstellen. Wir bauen eine Seilbahn. Ja, das fände ich jetzt eine gute Idee. Seilbahn finde ich cool. Ich sage, dass es die beste Alternative ist. Und ich bin Ingenieur. Das bedeutet, dass ich immer Recht habe. Nee, das bedeutet auch nicht, dass du immer Recht hast. Das bedeutet nur, dass du Ingenieur bist, Olaf. Wenn wir Glück haben, können wir dieses Fundament benutzen. Finde sie alle und befestige den GPS-Sender an ihnen. Damit ich sehen kann, ob es geht oder nicht. Finde die alten Fundamente und befestige die GPS-Sender an ihnen. Reite dann zu Olaf zurück. Alles klar. Jetzt muss ich Fundamente suchen. Ich würde ja vermuten... Warte mal. Lass mich mal auf meine Karte schauen. Jetzt... Da sind jetzt wieder keine. Das ist ja auch cool. Eins wahrscheinlich oben beim Observatorium und eins unten. Wie viele so eine GPS-Dinge habe ich denn? Ach, ich habe nur eins. Okay. Vielleicht werden das aber wieder mehr am Ende oder so. Also ich mache mich auf alle Fälle mal auf den Weg dahin. Weil ich glaube nicht, dass das hier unten direkt vor meiner Nase sein wird, oder? Ich habe natürlich jetzt auch keine Ahnung, wo genau die Seilbahn langführt. Hier unten. Ich habe hier noch nie irgendein Fundament gesehen. Aber das werde ich schon finden. Hoffe ich. Denke ich. Ich werde mich bemühen. Und schalte dich zu, wenn ich da angekommen bin. Bis gleich. Also versteckte Orte finde ich ja. Guck mal, ich habe hier einen Grillplatz gefunden. Den kannte ich noch gar nicht. Und hier das Tor kannte ich auch nicht. Hat aber nichts mit dem Observatorium zu tun. Also weitersuchen. Ha, ich habe gedacht, hier irgendwo vielleicht. Aber hier bin ich anscheinend falsch. Ich bin so eine Heldin, ihr lieben Leute. Ich bin so eine Heldin. Und ich bin jetzt um den halben Berg rumgeritten und habe gedacht, jetzt reitest du nochmal zurück. Vielleicht ist das auch, ups, oder? Direkt da. Ja, und da ist es. Hier oben ist der Betonklotz. Ja, super. Hätte ich mir auch, weiß ich nicht, 20 Minuten sinnlos in der Gegend rumrein sparen können. Aber dann hätte ich den Grillplatz nicht entdeckt. Also auf geht's. Einmal. Und jetzt brauche ich davon fünf Stück. Die werden ja hier alle in der Nähe sein, vermute ich mal. Das hier sieht auch aus wie so ein Betonklotz. Also bin ich, ey. Ja. Ich habe es halt drauf. Machen wir uns nichts vor. Ich kann es einfach. Das ist einfach, ähm. Hast du das auf Anhieb gefunden? Also du wirst es ja vermutlich schon gebaut haben, oder? Hast du das da auf Anhieb gefunden, diese Betonklötze? Ich meine, eigentlich sind die echt nicht zu übersehen. Außer man heißt AIDA Strawberry Cake und ist, ähm, nicht in der Lage, riesige Betonklötze in der Landschaft zu sehen. Dann kann man natürlich daran auch stumpf vorbeireiten. So, jetzt fehlen mir noch zwei Stück. Die werden wahrscheinlich ein Stück weiter da drüben sein. Die suche ich mir jetzt noch. Und dann würde ich sagen, sehe ich dich gleich beim Letzten wieder. Oder nee, wenn ich bei Olaf wieder bin, ne? Dann sehe ich dich da wieder. Bis gleich. Ich schäme mich so. Aber was man so unterwegs findet. Hier ist ein Stern. Da, 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 da. Weiter geht's. Der Letzte. Düm, düm, düm. Ha, ha, ha. Schön. Gott, ey. Elegant dran vorbeigeritten. Voll sinnlos unterwegs gewesen. Aber hey. Na? Kann nicht jeder. Oh, hier ist die Rennstrecke der Baronessse. Ich meine, guck mal. Da will ich jetzt aber gar nicht hin. Ähm. Hallo, Olaf. Also. Jetzt schauen wir mal. Lass mich auf meine Geräte gucken. Na, dann guck mal. Hm. Wir können die alten Fundamente nicht anwenden. Sie sind zu beschädigt und zu schlecht konstruiert. Wir müssen neue bauen. Dazu müssen die alten aber erstmal weg. Hast du schon mal Dynamit benutzt? Ja, nee. Das habe ich normalerweise nicht so in meiner Satteltasche. Da ist ein Kätzchen drin. Nein? Ach, das ist nicht schwer. Hier, lies diese Broschüre. Anleitung für die Anwendung von Dynamit. Ja, weißt du. Mit so einer Anleitung. Sehr schön. Erstens. Platziere das Dynamit auf dem, das gesprengt werden soll. Zweitens. Zünde die Lünne an. Drittens. Renn! Also. Jetzt weißt du so viel wie ich. Spreng alle Fundamente weg. Sodass wir neue bauen können. Viel Glück. Oh Gott. Ja, Glück kann ich brauchen. Glück kann ich brauchen. Komm, das mache ich jetzt hier auch in dieser Folge noch geschwind. Ich habe das immer. Das ist für mich immer ein bisschen schwierig, die Zeit abzuschätzen. Weil ich ja dann immer rausschneide, ne? Und ich pausiere dann ja nicht jedes Mal meine schlaue Uhr. Deswegen. Aber da ich ja jetzt weiß, wo die Fundamente sind, sollte das natürlich besser sein. So. So. Oh. Drei, zwei. Oh. Wala. Eins. Bam. Macht's Bam? Komm her. Mach Bam. Jawohl. Jawohl. Weggesprengt. Ich spreng mal noch die anderen und schalte ich gleich wieder zu. Die ausgesprochen präzise Anleitung. Hat geholfen. Ich bin noch am Leben. Mein Pferd ist nicht durchgegangen. Alles gut. Oi, oi, oi. Was für ein Krach. Das müssen sie bis Quircrow gehört haben. Ja, und nun? Ja, also ich hab noch ein bisschen nachgedacht. Und noch ein bisschen geplant, während du weg warst. Wir brauchen jetzt eine Seilbahn. Ich hab eine gesucht und eine alte Alpenseilbahn gefunden, die ich kaufen will. Sie ist komplett eingefahren und super billig. Ich hab eine Bestellung geschrieben. Reite damit zu Derek und bitte ihn, sie abzuschicken. Bitte, Derek, in Silberglätter rum die Bestellung aufzugeben. Ja, okay. Komm schon. Und das mach ich jetzt auch noch schnell. Und wir sehen uns bei Derek wieder. Bis gleich. So viel hin und her gereite. Und ich bin bei Derek. Hallo, Aida. Ein Brief an die Alpen? Du hast Glück. Ich wollte gerade eine Ladung internationaler Posten mit dem Helikopter losschicken. Komm morgen zurück. Dann hast du vielleicht eine Antwort. Es geht normalerweise recht schnell. Gut. Und jetzt kann ich hier ja sowieso nicht weitermachen. Also komm ich doch einfach ein anderes Mal hierher zurück. Und sag zu dir jetzt auch, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Deine Damakasch. Heintromosik. Jetzt kann ich selber.